Hallo, grüß euch. Mein Name ist Hansi Herzog von Art of Cooperation. Ich komme aus Österreich und habe versucht, die letzten drei Tage gut Deutsch zu lernen, um jetzt die Inhalte von unserer Themengruppe Vernetzung und Strategie gut mit euch teilen zu können. Wir haben uns also diese Frage gestellt, wie können diese ganzen verschiedenen Vernetzungsprozesse gut zusammenlaufen. Wir haben viele Initiativen und inzwischen auch viele Netzwerke und uns geht es gemeinsam um einen gesamtgesellschaftlichen Wandel hin zu einem guten Leben für alle. Das wird uns nur gelingen, wenn jeder das einbringen kann, was er wirklich, wirklich gut und gerne macht und das in einem gemeinsamen Bild diesen großen Unterschied macht, dass diese große Transformation möglich wird. Wir haben jetzt konkret einen Vorschlag entwickelt, wie dann ein weiterer Kennenlern- und Vernetzungsprozess aussehen kann und werden dazu zu einer kleineren Makers Lab wieder im Herbst einladen und die Gruppen dabei begleiten, dass sie sich jedes Monat treffen und sich gut darauf vorzubereiten. Es freue mich sehr über diese tolle Arbeit, die wir gehabt haben in der Gruppe und wie ich immer so gern sage, wir könnten die Gesellschaft aus dem Stand heraus neu bauen. Wir haben bereits alle Lösungen, aber wir beziehen uns noch nicht genug aufeinander. Also lasst uns das gute Leben für alle möglich machen. Und es Bien velvet zu sein, auch noch mal ganz. Und das bitte machen geht es auch, dass wir unsere anticipate machen müssen. Untertitelung des ZDF, 2020